Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rage Mode. Jetzt gibt's mal wieder ein bisschen Rage Mode hier und ich hab gleich meinen Kill erzielt und jetzt werde ich schon getötet. Naja, ich find's war trotzdem Spaß. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, hat sich mein Kanalname etwas geändert. Jetzt heiße ich nämlich Archery LP. Okay, ich persönlich find den Namen cooler. Ihr könnt mir gerne schreiben, in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Ja, genau. Oh, okay, aber ich hab ihn, glaub ich, auch getötet. Ja, hab ich, gut. Ah, krieg ich ihn? Nee, ihr wisst ja vielleicht noch aus meiner letzten Folge Rage Mode, wie es funktioniert alles hier. Oha, scheiße, er hat mich getroffen. So, ein Mist, aber auch. Das ist doof. Oha, wie war er, woher kam denn das jetzt? Ah, komm schon. Wow, woher kommt denn das jetzt da hinten? Hab ich ihn getroffen? Ah, ja. Ja, gut. Oh, und er hat mich getroffen. Tja, also ich bin, wie auch schon in der Videobeschreibung, nicht besonders gut im Bogenschießen jetzt. Aber es geht, ehrlich gesagt. Und er hat mich auch getroffen. Wir haben uns einfach mal, wir haben uns einfach mal hintereinander getroffen. Das ist auch gut. Und, ja, also, ja, die Map sieht eigentlich richtig cool aus, hier schon. Neller, neller Style. Wow. Explosiv hier. Wo bleibt er denn? Alter, wo hat er mich jetzt getroffen? Jona 001. Aha. Na dann. Wow. Sag mal. Woher kommen denn die alle? Kann man ja gar nicht mehr reagieren. So schnell sind die. Man kann überhaupt nicht reagieren, lieber wohl. Das ist halt das Tolle an diesem... An dem Rage Mode, finde ich. Also, die können wirklich von allen Seiten hier kommen. Alter, warum habe ich ihn nicht getroffen? Das finde ich jetzt aber doof. Habe ich ihn jetzt? Ah ja. Ja, gut. Oh, ihr 10 Tote. Und nur 7 Kills. Komm schon. Habe ich ihn getötet? Ah ja. Gut. Getroffen. Oh, jetzt bin ich in Feuer gelaufen, das ist nicht so gut. Eher unpraktisch. Schade. Aber es macht trotzdem total Spaß. Über dieses Überraschende. Und dann kann man ja auch ganz schnell sterben. Das ist... Weiß man nie, was kommt. Habe ich ihn getroffen? Ja. Gut war mein Kill. Ah, Hilfe. Das war doof. Ah, wo ist er? Woher? Ah, scheiße. Jetzt habe ich mich selber getroffen. Bitte? Oh, nee. Das war es natürlich doof. Jetzt habe ich selber gegen mich geschossen, sozusagen. Boom. Ja, 10 Kills sind doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, jetzt versuche ich mal den dann zu tun. Ne, sind wir mitnehmen? Ne. Gut. Ist hier noch jemand? Ah, Treffer. Sehr gut. 11 Kills, also ich bin nicht gerade gar nicht mal so schlecht dabei. Oh, Mist, jetzt habe ich einfach mal nicht getroffen. Hab ich den getroffen? Hab ich den getroffen? Lustig. Von der Entfernung. Auch getroffen? Nee. Nee. Nicht getroffen. Okay. Na, naja. Man stirbt aber recht schnell. So, getötet. Und, wow. Wow. Ziemlich. Das hört sich ja schon richtig nach Krieg an hier. Bestimmt hat sich so ähnlich auch in den Weltkriegen angehört. Ja, okay. Ja, okay. Vielleicht ein bisschen schlimmer. Oh, Zeit zu Ende. Und? Ja, also. Ha, perfekt. 15 Tote und 15 Kills. Ja, das ist doch was. Ja. Hö. Tag hin. Ja, also. Das war jetzt gar keine so schlechte Folge, würde ich sagen. Äh. Wenn auch vielleicht etwas kurz. Aber das ist Rage Mode halt. Ach, was ich euch natürlich noch zeigen wollte, ist hier mein neuer Skin, den ich mir heute geholt habe. Ich finde ihn cool. Könnt mir dann auch irgendwie sagen, ob ihr den auch cool findet in den Kommentaren. Und ja, also sonst irgendwie Neues gibt's jetzt nicht von meiner Seite jetzt. Und dann würde ich mal sagen, ciao.